Will ich denn da wieder hochkommen, Sepp? Warum hast du denn da oben geparkt? Berlin Blau, habe ich gesagt. Ich habe sogar extra eine Marke auf Google Maps gesetzt. Da komme ich doch mit dem Jetpack gar nicht hoch. Du hast doch vorhin gesagt, dass hier die Schwerkraft so hoch ist. Woher soll ich das denn wissen? Die Schwerkraft, aber die Bäume auch. Hoch. Auch sehr hoch. Toll. Muss ich hier wieder zu Fuß gehen. Meine guten Schuhe an. Ich ziehe diesen Matsch doch mal an hier. Irgendhaft. Jetzt ziehst du auch solche Schuhe an bei dem Wetter. Das habe ich dir vorher schon gesagt. Du hast gesagt, wir bleiben nicht lange. Nur im Raumschiff. Hättest du dir ordentliche Schuhe angezogen, hätten wir auch zu Fuß gehen können. Aber du wolltest ja unbedingt mit dem Auto fahren. Ja, ja. Ich gehe es dir dann, wo ich will. So, Obi erklärt. Euer Logbuch ist leider danach gelöscht worden. Siehste? Ja. Die toten Nomai haben den Eindruck nicht passiert, weil sie mir ein komisches Signal gefunden haben. Ein komisches oder ein kosmisches Signal. Oh, 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 jetzt bin ich im Dings und kann zum Raumschiff. Ah, das hast du sehr schlau geplant. Ich bin ja kein Problem hier. Oh. Ach, da ist der, ja. Oh, das war knapp. Das ist auch logisch, dass das Raumschiff dann wieder mit runterfällt. Würde das nicht fast dann hoch? Nein, ich hätte auch gedacht, dass das oben bleibt. Das ist auch logisch, dass das oben ist. Was?